Was bleibt bitte herzlich willkommen auf 9997. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da und viel Spaß mit dem Video. So, wir haben jetzt drei Versuche um 20 Punkte zu schaffen. Äquatorial Guinea gegen Senegal. Über. Okay, ich konzentriere mich jetzt. Finnland. Finnland ist groß. Oh mein Gott, das ist direkt was Schweres. Senegal ist auch, nee, Finnland ist größer. Lettland gegen Finnland. Lettland ist auch groß, aber kleiner. Gut. Norwegen ist größer. Gut, gut, gut. Suriname. Oh, das hatten wir schon ein paar Mal. Wie viel war das? Das ist auch eigentlich stabil groß. No hate, danke für 17. Zentralafrikanische Republik. Riesig. Kuba. Insel. Aber nicht so groß. Kamerun größer. Peru. Peru, 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 Peru. Ähm. Westküste, Südamerika. Wie groß ist das? Das ist groß. Aber ist es so groß? Oh, das wird so knapp. Ich sag, es sind 300 oder 500 irgendwas. Das wird knapp. Fuck. Ja. Oh mein Gott. Juhu. Malawi. Ich muss nachdenken. Nicht, dass es jetzt irgendein großes Land in Asien ist. Nee, es ist in Afrika. Okay. Afrika. Malawi. Ich hab grad Angst, dass es... Ist es das Land von Madagaskar an der Küste? Ist es... Oder ist es Mal... Malawi. Wenn ja, dann ist es riesig. Ich mach weniger einfach. Ich glaub, es ist riesig. Und vor der Küste von Madagaskar. Nein, ist es nicht. Ich... Ich... Schweiz. Oh, ich brauch kurz einen Vergleich. Schweiz ist nicht groß. Ist gar nicht groß. Wie groß war Lettland? Lettland war unter 100.000. Lettland ist... Okay, jetzt muss ich klein drehen. Ja. Burkina Faso ist groß. Paraguay. Paraguay ist groß. Burkina Faso war auch. Paraguay ist größer. Dominikanische Republik, Kleininsel. Here is sir. Liberia. Liberia ist größer. Honduras ist auch... Boah, warte mal. Honduras. Welches davon ist das? Honduras ist unter Mexiko das Land. Ah, die sind nicht groß. Honduras. Tulizia, Guatemala. Normaler. Honduras. Ich sag weniger. Oh mein Gott. Ey, was war das für eine scheiß Frage? Was war das für eine scheiß Frage, Digga? Was geben die mir für einen Scheiß? Boah. Aber GG's. Erster Versuch. Ich schreibe L. Das war so ein W. Obvious. Jungs, Obvious. Ich muss, ich muss, also ich muss gerade die Größen, äh, Landesfläche muss ich gerade vergleichen. Irgendwann im Kopf. Du weißt nicht mal, was Honduras ist, du Idiot. Hier. Ich muss so denken, da kommt Honduras, da muss ich denken, okay, wie groß ist es? So hier ungefähr. Und dann muss ich verhältnismäßig wissen, wie groß Schweiz ist zum Beispiel. Aber man hat gar kein Verhältnis. Das ist völlig schwer einzuschätzen. Hier zum Beispiel Paraguay. Und Kamerun ist hier. Kamerun war da. Und dann muss man so einschätzen, in Südamerika sind die Länder halt alle viel größer. Weil da so wenig Länder sind. In Afrika haben die viel weniger Platz. Mosambik war das. Wo ist Malawi? Ja. Okay. Boah. Erste Runde zählt nicht. Erste Runde schwer. Aber Pakistan ist riesig. Erste Runde zählt nicht. Habe ich jetzt gesagt. Jetzt. Zweiter Versuch. Grönland. Dänemark. Das gehört dazu. Dänemark nur 43.000. Achso, ja doch. Moldawien. Oh Gott. Moldawien ist auch klein. Dänemark. Nein. Es wird unter 100.000 sein. Ich glaube mehr. Oh Mann, Digger. 10.000. Das geht nicht wie viel Kack, Digger. Oh mein Gott. Zum Glück ist das erstes. Kongo gegen Indien. Dänemark ist riesig. Indien ist noch größer. Jordanien ist kleiner. Ich muss, ich muss, ich muss. Moldawien. Wie viel war es? 32. 33. Sudan. Weniger. Namibia. Namibia. Südwestküste. Das ist relativ groß. Südsudan aber auch. Woran mache ich das jetzt fest? Sind wieder beide ungefähr gleich groß. Namibia ist größer. Boah. Ist aber schon knapp sowas. Libyen. Ich weiß nicht, wie groß Libyen ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube größer. Das ist riesig. Ja. Kasachstan. Auch riesig. Jetzt, guck mal. Jetzt ist es wieder auf einen anderen Kontinent. Das ist das Blöde. Man weiß so auf Afrika verhältnismäßig, wie groß es ist. Aber jetzt Libyen. Okay, das ist so. Rüber zu Kasachstan. Das ist noch größer. Ja. Jetzt bin ich wieder in Mitte Amerika. Oh Gott. Das ist winzig. Frankreich ist groß. China noch. Yes. Das sind die Free Points. Das sind die Free Points. Das sind die Free Points. Okay. Türkei gegen Togo. Kleiner. Togo ist kleiner. Botswana. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Und jetzt habe ich ein Problem. Botswana. Ist das das kleine Land in Südafrika drin? Das ist das kleine Punkt. Togo gegen Botswana. Ich bin noch kleiner. Ich mache bei 56.000 kleiner. Yay. Es ist es nicht. Welches ist es? Wo ist Botswana, Digga? Ach man. Es ist dort. Es ist über Südafrika. Mann. Ich dachte, das wäre Lesotho. Und Togo ist hier. Und dann wäre es wieder ungefähr gleich. Höh. 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 Noch mal drei. Ja, komm. Mann. Aber es macht Bock. Auf geht's. Drei Tries. Rumänien gegen Litauen. Rumänien ist größer. Nicaragua gegen Litauen. Nicaragua, Mitte Amerika. Die sind alle klein, aber Nicaragua ist ein großes Land davon. Australien riesig. Gut. Suriname. Alle Holländer, die schwarz sind, die kommen aus Surinam. Oder die meisten. Tjavairo. Tirosun. Virgil van Dijk und sowas. Die kommen alle von dort. Ähm. Afghanistan. Maja. Lesotho. Jetzt haben wir das Land in Südamerika. Südafrika. Nordkorea ist größer. Philippinen. Digga. Das sind zum Beispiel Inseln. Wie soll ich denn das festmachen? Wenn man die zusammenbasteln würde. Ich glaube, Philippinen, das ist so eine richtig fette Inselgruppe. Ich glaube, das ist schon viel. Digga, was? Boah. Guckt euch das mal an. Warte, ich mach's gleich. Ägypten. Warte mal. 340.000. Jetzt brauche ich wieder irgendwas, was zu groß ist. Wie viel war Kamerun? 312.000. Ja. Kamerun so ungefähr so. Das ist mal, ja. Und Darwin unten. Okay, wir sind bei 10. Wir haben die Hälfte. Ghana. 200. Gut geschätzt. Mali. 800. Passt. Norwegen. 800. Passt. Guinea-Bissau. Warte. Guinea-Bissau. Guinea-Bissau ist klein. Aber Norwegen ist auch. Nee. Taiwan. Ist Taiwan die kleine Stadt? Ja. Nee. Taiwan. Doch. Aber. Oh mein Gott. Ich glaube, Schokke hier jetzt. Schokke hier jetzt. Mann. Oh mein Gott. Es waren 200 Meter oder sowas. 200 Quadratmeter. Dänemark. Mehr. Kolumbien. Mehr. Yes. 16. 17. Oh mein Gott. Fuck. Kolumbien. Okay, ich muss nachdenken. Kolumbien 1,1. Äthiopien. Wie groß war Ägypten? Ägypten war nicht eine Million. Doch, eine Million. Äthiopien ist kleiner als Ägypten. 800.000. Nee, 700. Boah, es war knapp. Iran ist riesig. Noch ein. Ecuador ist wenig. Clap. 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 She make it clap. She make it clap. Clap. Yeah. 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 Okay. Bhutan. Mehr. 24. Let's go. Leute, das war's mit dem Video. Lasst ein Abo oder lasst ein Like da nochmal. Checkt den ersten Kanal ab. Links in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video. Uh. Ja, cool. Yes. Yes. Das war's mit dem Video. 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 Das war's mit dem Video.